Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kurzen Pressestatement des Premierministers der Republik Georgien Garibaschvili und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Herr Bundeskanzler ist an Bord. Sehr geehrter Herr Premierminister, herzlich willkommen nochmals in Österreich. Ich freue mich sehr, dass das Treffen so rasch funktioniert hat. Wir haben beide vor nicht allzu langer Zeit uns telefonisch ausgetauscht und mir war wichtig, dass auch von österreichischer Seite eine Einladung nach Georgien erfolgt. Warum? Weil Georgien für uns ein ganz wesentlicher geostrategischer Partner ist und dazu noch ein Partner, der in einer besonderen Situation ist. Georgien ist zu 20 Prozent von russischen Truppen besetzt. Das ist eine konstante Sicherheitsherausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist Georgien heute ein ganz wichtiger Partner, wenn es darum geht, ein Mittler zu sein zwischen Konfliktparteien, die Region gut zu verstehen und aus österreichischer Sicht wesentlich ist, dass auch das Bestreben Georgiens unterstützt wird, sich der Europäische Union den westlichen Werten anzunähern und tatsächlich auch ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Das ist ein Prozess. Die Kommission hat hier Regeln festgelegt, wie der Prozess erreicht werden kann. Das ist aus meiner Sicht richtig und wichtig. Es braucht Regeln und gleichzeitig habe ich auch dem Ministerpräsidenten auch unsere österreichische Haltung erklärt, warum uns besonders wichtig war in dieser Frage des Kandidatenstatus für die Ukraine oder Moldau und der Beitrittsperspektive für Georgien, dass Bosnien-Herzegowina nicht vergessen wird. Österreichs Aufgabe ist, gerade aufgrund seiner geografischen Lage und Rolle immer auch Brückenbauer zu sein, Mittler zu sein der unterschiedlichen Interessen und hier auch wieder ein klares Bekenntnis dazu, so wichtig und richtig es ist, diese Signale Richtung Ukraine, Moldau und Georgien zu senden, so wichtig ist es für Österreich eben auch, weil unmittelbare Nachbarschaft die Westbalkanstaaten hier auf diesem Prozess zu begleiten. Aber zurück zu Georgien. Wir sind auch Handelspartner. Da steckt noch mehr Potenzial drinnen. Aber was die wenigsten Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, wissen ist, Georgien ist ein Stück weit in einer besonderen Zeit in diesem Land in den meisten Wohnzimmern. Die Samen für die Christbäume kommen zum Großteil eben aus Georgien. Aber über dieses Maß hinaus braucht es gute wirtschaftliche Beziehungen. Es gibt viele Potenziale. Es gibt Firmen, die ein hohes Interesse auch in der Region haben. Aber damit kontinuierliche Investitionen möglich sind, braucht es eben auch Rechtssicherheit, braucht Rechtssicherheit für Investitionen. Und hier hat mir der Premierminister ganz klar die Zusicherung gegeben, dass Georgien alles unternehmen wird, um diese Rechtssicherheit auch darstellen zu können, damit Investitionen weitergehen, damit unsere gute Zusammenarbeit weiter wächst. Auch in Fragen der Sicherheit. Wir haben ein gemeinsames Ziel, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität mit all ihren Auswirkungen. Und auch hier werden wir die Zusammenarbeit, das Voneinander lernen, intensivieren und hier auch stärkere Kooperationen noch eingehen. Österreich hat auch hier heute, ich als Bundeskanzler, Georgien klar zugesagt, die zu erfüllenden Punkte von Seiten der Kommission für einen Kandidatenstatus positiv zu begleiten, Georgien dabei zu unterstützen, um hier eben gemeinsam einen Raum zu schaffen, der Stabilität und Sicherheit gewährleisten kann, in einer ganz schwierigen Situation in einem sicherheitspolitisch total schwierigen Umfeld. Aber umso wichtiger ist es, dass Kräfte der Vernunft, des Dialogs, des Ausgleichs hier jetzt Politik machen, um eben für mehr Frieden sorgen zu können in Europa. Herzlich willkommen nochmals. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Premierminister, bitte über Ihre Ausführungen. Herr Minister, meine Damen und Herren, Sie haben eine dritte Molotow-Kanzler-Kanzler-Kanzler. Wir haben uns die ersten Redakte zur Ausführung von der Ausführung der Ausführung des Staates bei der Ausführung des Staates bei unserer Ausführung des Staates auf den Augenbetriebs. Sie haben das erste Ausführung von das Land aus der Ausführung des Staates. dass ich einen Teil der Kanzlerin, der er die Priorität der Auskürz, dass ich an diesen einen Punkt zurückkehren, dass das eigene Hälfte zurückkehren, dass das andere es sich, dass sich die務, die die Kräfte der Auskürzen, dass die Zukunft der Auskürz, die die Zucht haben, die die Wirtschaft und die Wirtschaft, die Wirtschaft, die der Erleichter und der Ehreichter, die es so eingeworfen, Das ist eine Art politisch. Der ist eine Art politische Begründung. Das ist eine Art politische Begründung. Die Art und Art sind eine Art politische Begründung. Das ist eine Art politische Begründung. Das ist eine Art politische Begründung. Ich möchte die Einflussendung von der Präsidenten, die die Begründung der Kanzler erhebt. Das war für die Zeit, ein solches Begründung war die Erhöhung. Vielen Dank. der Herr Kanzler, die im Kanzler Nutz, der einen Polizist, der einen der Progres die erinnert. Sie wollen nicht so lange halten. Wir haben den Kanzler von Kanzler in dem Kanzler, den wir den Kanzler in der Kanzlerin nicht sagen, den wir das vor, dass die Priorität die Punkte in den Kanzler, die wir im Kanzler in den Kanzler der Kanzler, oder die wir die Initiative aus dem Kanzlerin, die die Initiative die in der Kanzlerin die über die Zukunft den Prozess in den Kanzlerin geplant wurde, und sie wollen den Kanzlerin, die in der Kanzlerin, die die drinnen und die Politik, und die Regierung ist in der letzten Jahre die Welt der Reise, dass sie die Erkunftslung der Eure- und der einen Einflussendung, die wirklich auf die Erkunftsfrage, dass es nicht die Erkunftsfrage gibt, sondern die Europäische Union und die Europäische Union ist. Ich möchte die heute noch einmal ein paar Jahre in der EU- und der Europäische Union und die Europäische Union, die die wir noch anstreichen, die die wir noch anstreichen und die wir noch anstreichen. Wir sagen die Unionsで Ch Conseil ... spielt uns eine die auf den chegar Ich habe das nicht eine große Herausforderung für den Tull. Aber ich bin mir über die Situation, dass wir hier nicht die Ausflüge des Insoules haben. Ich habe mich, dass die Ukraine auf die Ukraine aus dem Land war, ich habe mich über die Pflicht und das Politiker in der Russische Bedingung, und ich habe mich über die Ausflüge des Wesen, aber ich habe mich über die Ausflüge der Ersteuerung in der Welt zurückgelegt. Ich habe mich über die Antworten. Ich habe mir über die Möglichkeit, dass ich mich über die Tullik, mit der in den Städte von der Städte Kanzler und der Städte von der Städte kommt. Wir haben die Aufklärung des Städte, nicht nur von der Städte der Austriere, der in der Städte woanders ist, die die sich auf den Städte in der Städte und in der Städte. Wir haben die Städte, der wir in den Städte der Städte Und hier, da, wir haben, Sie kommen über einen Ausblick auf die Schweiz, und gesagt haben wir uns nach einem weiteren Regierungsprojekt zu zeigen, dass wir dazu abnehmen, weil man bei einem kleinen Prozess bekommt das Gesetz. Aber wir sind hier in der Verfügung, diese All- settled in die Stadt der Stadt und der Stadt der Stadt der Stadt, die Stadt der Stadt in die Stadt, wir werden ein Begründer, wir werden Geschwister noch in der Stadt Stadt. Es wurde mich über eine Begründer, aber wir haben eine Begründerin durch die Stadt. Vielen Dank, Herr Premierminister. Aufgrund des strafen Zeitplans gibt es nur mehr die Möglichkeit für zwei Fragen. Ich darf die erste Frage die Kollegin vom Georgischen Fernsehen bitten. Ich habe die Idee, die die in die Politik und die Ekonomi. Der Angriffskrieg hat an sich Europa ein Stück weit verändert, alleine wenn man die Europäische Union anschaut. Zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden jetzt aus der freien Entscheidung heraus NATO-Mitgliedstaaten. Finnland und Schweden. Beide haben eine Grenze zu einer kriegsführenden Nation und das war eine Beschleunigung der Diskussion in beiden Ländern, wie die sicherheitspolitische Zukunft ausschauen kann und die Entscheidung wurde getroffen, es wird die NATO sein. Wir sind 27 Staaten innerhalb der Europäischen Union und davon sind drei neutral. Das ist Österreich, das ist Irland, das ist Malta und es gibt Zypern, das bündnisfrei ist. Das heißt, alleine das hat schon ein Stück weit die europäische Sicherheitsarchitektur verändert, die NATO verändert. Und in Wahrheit ist es ein Beweis dafür, dass die Strategie des russischen Präsidenten nicht aufgegangen ist, denn er hat jetzt eine größere NATO gegenüber und eine NATO, die bereit ist, viel mehr Geld in die Rüstung zu investieren als vor diesem Krieg. Das heißt, in Wahrheit sind die globalen strategischen Ziele des russischen Präsidenten damit nicht mehr erreichbar. Der Krieg selbst ist eine Tragödie für die Menschen in der Ukraine. Georgien beherbergt und versorgt ukrainische Flüchtlinge. Österreich tut das. Wir haben über 80.000 derzeit in Österreich Frauen und Kinder. Und es zeigt einfach, dass Krieg immer die schlechteste Form der politischen Auseinandersetzung ist. Es ist eine Tragödie für die Menschen, es verursacht Leid. Und deswegen ist aber auch Georgien so wichtig. Georgien hat viel Erfahrung mit Konflikten, bittere Erfahrungen mit Konflikten und wird aber in der Region auch wahrgenommen als redlicher Vermittler zwischen Konfliktparteien. Und aus dieser Sicht heraus ist es, finde ich, so wichtig, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir Georgien auf dem Weg Richtung Westen unterstützen bei all dem, was getan werden kann und soll. Und gleichzeitig sage ich auch ein Danke als Bundeskanzler der Republik Österreich für das Engagement für den Frieden, dass Georgien gerade unter diesen schwierigen Bedingungen 20 Prozent des Territoriums besetzt mit russischen Militärbasen, russische Armee heißt also übersetzt, ist direkt präsent in Georgien. Und trotz alledem ist Georgien ein wichtiger Friedensmittler. Zweite Frage, bitte der Kollege vom ORF. Christian Lieninger, ORF Hörfunk. Zuerst eine Frage an den georgischen Ministerpräsidenten. Die EU hat kritisiert, dass im Umgang mit der Opposition unter anderem Menschenrechte nicht eingehalten werden. Sind Sie bereit zu einem Kompromiss, zu einem Ausgleich mit der Opposition? Es gibt Demonstrationen in Tiflis. Die Demonstranten fordern unter anderem auch den Rücktritt ihrer Regierung, eine Übergangsregierung. Sind Sie, wären Sie zu so etwas bereit? Und zweite Frage an Sie, wie groß schätzen Sie das Risiko ein, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass Russland militärisch auch Georgien angreifen könnte? Und eine Frage an den österreichischen Kanzler. Die Ukraine und Moldau haben Kandidatenstatus erhalten, Georgien nicht. Finden Sie das eine gute Entscheidung, eine faire Entscheidung gegenüber Georgien? Besteht nicht das Risiko, dass Russland das ausnützt und dass eine Art Vakuum entsteht, macht Vakuum, das Russland vielleicht füllen könnte? Danke. Danke. Vielen Dank. Die Region jedenfalls ist das Problem, der sich in die Welt zur Verfügung stellt, dass die Einwohner-Gesets-Gammerkant werden. Wie geht es mit dem Beispiel für die Einwohner-Unternehmen? Wie geht es mit dem 30-Jährigen? In der ersten Zeit, das wir in Europa, dass die Einwohner-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets-Gesets. Das wird dann die Erwerbung zu haben, und wir wollen den Herrn von der Autor zu sprechen. dass wir uns nicht mehr als weitergehen. Wir haben uns nicht mehr als erstes im Bereich. Wir haben uns nicht mehr als viele Menschen, sondern wir haben einen Punkt, dass wir uns nicht mehr als Erlangsinn kommen. Wir haben uns erst einmal eine Strategie, der Adam-Suppliebe, wie gesagt, in Erlöse, wie er, von Thomas Hammerberg, hat es mir auch immer gesagt. Wir haben einen Dokument bekommen, dass wir die Situation in der Radikallnutzung aussehen. Wir haben uns auch ein Wichtiges, Die Zeit, die Leute, die die Menschen, die sich nicht mehr anerkennen, die sich nicht mehr an der Telefonie hat, die die Menschen mit einer Beringe vermittelt, ist das eine Anlage des Landes ein. Es gibt die neue Einrichtungen, die die Mitglieder der Partei, die die Mitglieder der St. Einer Klubbüder sind. Die Situation ist eine radikalische Situation. Und wir haben die Indikator, Ich hoffe, dass wir uns heute wieder in den ganzen Tag einbringen. Ich will nur wissen, dass sich die Zeit nur noch einiges an, dass sich die Zeit erst einmal an, das wir nicht ansehen, dass wir uns nicht mehr ansehen, dass wir uns jetzt nicht mehr ansehen, dass wir uns nicht anpassen. Das war ein bisschen an, was wir jetzt an. Ich weiß nicht, das war ein bisschen weiter. Wir wissen, dass es eine Art und Weise erweitert, dass wir uns nicht mehr ansehen. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Demos-Trakte, die der Demos-Trakte, die die Demokratie ist, die sich nicht mehr an den Demos-Trakte, die die Demos-Trakte, die Demos-Trakte. Ich glaube, das ist die Demos-Trakte. Wir haben uns die Demos-Trakte. Sie haben die Stabell-Trakte, die Stabell-Trakte, die sich nicht mehr an den Demos-Trakte. Das ist die Frage. Ihre Frage hat ein ganz wesentliches Element, das aus meiner Sicht aber herausgestrichen werden muss, um zu verstehen, was gerade passiert. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit. Und der Premierminister hat es gerade beschrieben, welche auch leidvolle Geschichte Georgien bisher durchschreiten musste, um zur Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu kommen. Das ist ein schwieriger Prozess, der ist, weil er keine Selbstverständlichkeit ist, eben auch zu begleiten. Deswegen finde ich die Beitrittsperspektive für Georgien so wichtig, weil es Motivation und Anreiz zugleich ist, tatsächlich diese Schritte zu gehen. Und es ein Anreiz und eine Motivation ist vonseiten der Europäischen Union, der Kommission, diesen Prozess auch zu begleiten, zu unterstützen, deswegen auch das Angebot Österreichs. Das ist ja kein Verleugnen oder Zudecken von Herausforderungen und Problemen, sondern ganz im Gegenteil. Erst wenn man sie erkennt, dann kann man sie lösen und aus der Lösung heraus entsteht dann der Fortschritt. Aber das ist ein positiver Prozess. Und die Kommission hat differenziert. Ich hätte mir gewünscht, dass sie deutlich mutiger gewesen wäre in der Frage des Westbalkans bei Bosnien-Herzegowina. Das wissen Sie, dazu habe ich mich immer klar geäußert, dabei bleibe ich auch. Was erreicht werden konnte, war, dass beim letzten Rat der Regierungschefs zumindestens über Bosnien dreieinhalb Stunden diskutiert worden ist und intensiv die Lage Bosniens beraten worden ist. Was wichtig ist, weil Bosnien-Herzegowina steht gerade vor einer Bewährungsprobe, dass nicht wieder Gewalt ausbricht. Das heißt, es ist ein strategisches Interesse von Österreich, aber auch von der Europäischen Union, das zu verhindern. Und das wird keine Selbstverständlichkeit sein, das wird eine Aufgabe sein, aber es zeigt eben, wie wichtig es ist, dass man wechselseitiges Interesse aneinander hat, dass man aufeinander zugeht, dass man die vielen Bemühungen, die von Seiten Georgiens auch schon unternommen worden sind, positiv bewertet und Ausblick gibt, wenn weitere Fortschritte erzielt werden, auch für das Land, für die Menschen, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft vor Ort, Fortschritte erreicht werden können. Es geht nur in diesem gemeinsamen Tun. Und nochmals, wenn Sie sich die geostrategische Position Georgiens anschauen, wie viele Konflikte rundherum stattfinden, wie schwierig das ist, wenn ein Großteil des Landes, also ein Großteil, aber doch ein großer Teil des Landes russisch besetzt ist und zwar nicht formal besetzt ist, sondern tatsächlich mit Militärbasen und aktiven Soldaten vor Ort, umso entscheidender ist es, dass wir eine Gemeinschaft bilden im Sinne dessen, die Frieden wollen, die Frieden stiften wollen, die für Wohlstand sorgen wollen, die für Wachstum sorgen wollen, im positiven Sinne des Wortes, sei es gesellschaftspolitisch, sei es kulturell, sei es auch wirtschaftspolitisch. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bundeskanzler, Herr Premierminister, Ihnen vielen Dank für das Kommen und noch einen schönen Tag. Dankeschön. 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 Dankeschön.